Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Na, Stefan, hast du auch schon daheim die Fernbedienung wegen einem Spiel gegen Spanien versteckt? Du bist doch nur neidisch, weil dich keiner mehr anstirrt. Optisch passt du ja super nach Spanien. Weil ich so feurig bin? Nee, die Anrede da ist Senior. Einmal die vier und ein schwarz-rot-goldenes Autofähnchen. Ausverkauft. Aber wir haben noch Spanische. Nein, danke. Nicht bei Ihren Preisen. Hä? Die kommen mir schon Spanisch vor. Ha, aber gut. Ja, leider. Momentchen mal bitte. Stefan, apropos Senioren. Gegen die Spanier sehen Jogis Jungs doch auch alt aus. Wenn du unseren Nationaltorhüter Bernd Leno fragst, was er von Spanien hält, sagt der jeden Schuss. Also die Nations League wurde übrigens konzipiert, um die üblichen Testländerspiele zu ersetzen und so mehr Spannung in die Turniere zu bringen. Spanien, ein Land, wo Männer vor Stieren rumrennen. Schon klar, in Ankes Tanker rennt keiner vor Stieren her. Eben. Wer hier Kunde ist, geht vor die Hunde. Macht 43 Euro, sammeln Sie Zara-Punkte, haben Sie eine San Miguel-Card oder sind Sie im König von Mallorca-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. mit Wasser. Bei Hitradio FFH. Bei Hitradio FFH. In League of thrive. Wo wir hier haben dadurch in Österreich die Deore und diese selling hier zu etwas Einwnutzen erstellen. Die disagree Marwah christ der Redmiereِ